So, nach dem abrupten Cut, äh, hab ich dann im Skype umgeschaltet bzw. Skype ausgeschaltet. Und dann kann es auch weitergehen. Man sieht's Gott sei Dank nicht in der Aufnahme, finde ich auch ganz gut so. Aber hab ich den nochmal vorsichtig gemacht, dann ist gut. So, jetzt werden wir eben mal den Landschrecher nochmal besuchen und den einen Transistor noch abgeben. Das müsste jetzt, glaub ich, der vorletzte sein. Transistor 5, oh, 6 sogar schon. Ist das jetzt der letzte? Genau, was ich wollte. Was gibt's jetzt? Boah. Hoho. Alter Schwede. Krass. Mach das aber Ding eins, eins zu eins weg hier. Kopfüberschlag freigeschaltet. Äh. What? Alter. Wie, was? Hä? Hä, was war denn das jetzt? Was hat der gemacht? Das Licht ist noch da, kann man da so... Komisch. Das Licht ist da, aber wo ist jetzt der... Der Penner, sag ich mal so, oder der Landschrecher ist es, ja? Komisch. Oh ja. Gut. Okay. Also wir haben keine Quests mehr, die haben wir jetzt beim nächsten Mal wieder. Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst sind wir gleich wieder hier am... Äh... Sperrstunde. Lalalalalala. Und die müsste jetzt sein, ja genau. Warum hab ich eigentlich die Sperrstunde? Ich weiß nicht. Ah, Sperrstunde kann auch sein, dass es so das jetzt nachts ist und je Stunde mehr... Gibt's ein bisschen mehr Radius, ich weiß es nicht, weil sonst hab ich ja so'n riesen Radius hin, wenn ich nach Schule bin oder sowas schwänze. Es ist extrem. Naja, gab's nix dazu, schade. Könnte jetzt eben Haier machen, dann müssen wir noch ein paar Quests machen, müssen ja bald das Spiel aufwenden. Ziesow, wir haben es knapp 40%, glaub ich. Also. Ah, wird noch was geben hier. Eine Quest ist aktiv, alles klar. Achso, bei den Strebern. Vielleicht können wir auch später machen. Weiß nicht, sollen wir die jetzt machen? Gut, dann haben wir keinen Unterricht, aber wenn wir jetzt Unterricht machen, ist es doch besser. Dann haben wir jetzt den Unterricht fertig. Ich warte auf den Unterricht. Wird ja nicht so schwer sein, will ich hoffen. Na komm, was haben wir? Weil dann muss ich ins Gebäude rennen oder außerhalb wieder, hatte ich auch schon mal. Ich kann mich eigentlich schon mal hier vorstellen. Na komm schon. Wenn man nichts sich eigen sagen kann, zack, prompt hier, komm, Unterricht fertig. Ja, die können schon alle hingehen, aber ich noch nicht. Was? Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Oh, wir haben irgendwas hier. Jetzt komm, sag bitte Erdkunde oder sowas. Ne, irgendwas oben. Fotografie, Kunst oder Mathe oder Musik. Fotografie scheint es zu sein. Oder Kunst. Kunst, geil. Kunst, vier. Dann müssen wir starten, und bitte nicht zu sprechen. Ich will das Bananenbild sehen. Ja, ich weiß, Feine. Und Start. Oh. Okay, er kann nicht dann noch einmal zurückgehen. Das ist blöd. Ah, die Radiergummis. Oh, geil. Oh. Boah, Glück gehabt, ey. Huh. Kunst haben wir auch erreicht. Fett. Sehr ansprechend, Jimmy. Geil. Kursbonus 100%. Nice. So, jetzt können wir es eigentlich riskieren und können versuchen, später in den Unterricht zu kommen. Das habe ich ja auch schon mal geschafft. Hm, wir können auch, glaube ich... Boah, egal. Hier kommen auch Graffitis, Mann. Gäbst du hier nicht auch einen Ausgang? Da ist Englisch. Da ist er doch. Dann sind wir doch schneller bei den Strebern. Nein, ich helfe dir nicht. Ich helfe jetzt erst mal den Streber. Da muss irgendwas sein. Dass sie was von mir wollen. Was wollen die denn? Sturm der Festung? Huh? Küh. Was sollen sie überraschen? Ich bin vielleicht ein LOSER, aber zumindest ich habe LOSER-FRIENDS zu hangen mit. Whatever. Wir wollen nicht in unsere Gang, Pete, weil du wütend bist. Wütend? Look at you. Du hast eine Weep-Ladder. Hey, Algie, ich brauche ein bisschen Hilfe. Ich habe ein Plan, um das Jock-Skum zu nehmen. Hey, Jimmy. Hey, so, was du sagen, Algie? Us? Help you? Ja, think of alles, was ich für dich seitdem ich hierher bin. Du? Du bist wie ein Bouncer. Wir sind ein bisschen überhörteren. Wir sind ein bisschen überhörteren. Wir sind ein bisschen überhörteren. Duh! P-Stain! Now you need my help. Get it. Damn! Well, you know what you gotta do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that click with a rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them eating out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You gotta show him who's boss. You might be onto something. See you later. Hey, wait, Jimmy. Hey, can I come for once? Komm, geh nochmal mit, Pete. Na komm. He's at the observatory. But don't tell him I told you. Fine, someone get a free ticket. Okay, jetzt zum Seitenangang, neben der Bibliothek. Ah, da war doch so eine Tür. Observatorium. Ja. Komm. Danke. Ich nehm schon mal meine Flitsche. Ich nehm schon mal meine Flitsche, Jimmy. Na und? Okay, aber... Na los aus hier. Oh, aber wie weit... ...das Ding zielen kann. Ich werde in dein Reich eintreten und dir dann... ...in deinen Arsch reintreten. Oh, komm, sag ich still da hinten. Ah, Waffengewalt, bla bla bla. Da-da-da. Achso, hier kann ich nicht durch. Okay. Aber dann... ...gradier Gummi wieder. Mach so da. Lass das wohl sein. Lässt das wohl sein. Danke. Lässt das wohl sein. Danke. So, man kann ihn nur so einmal aus dem Ohr. Okay. Na, was haben wir denn jetzt da? Das Observatorium? Krass. Alter, was ist das denn? Kartoffelkanone? Schlecht. Alter, nein, 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 nein. Ginge einfach. Nein, das wirst du sein. Danke. Geil, ich schnappe die Kartoffelkanone. Let's go. Alter, wie schnell meine Maut eingestellt ist da durch. Dann, 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 dann. Aber wie viele Kartoffeln das ein Ding doch haben muss. Jungs, hier, guck mal, hier, kann doch für euch. Kann nicht mehr für ihr aushalten. Komm, 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 komm. Jawoll, nice. Yes. Ernest, what are you doing? Give it up, dork. You work for me now. You're pathetic. You've defeated my weakest compadres. You've just met your match. I want us to be f***ing.